Da kam ich natürlich noch nicht rein. Hier vorne wollte ich rein. Aber dann haben die arabisch aussehenden Männer mir den Weg gezeigt. Wo ist da hinten rum? Und da kann man rein. Hier kann man dann rein. Hier wird dann auch Flaschen gesammelt und da drinnen abgegeben. Da sind extra Leute für eingeteilt worden. So, ich hab mir was gekauft. Das ist aber jetzt worden. Weg zur Flaschensammler, finnische Flaschensammler. In 200 Metern links abbiegen. Aufrad ab hier an Katu. Und ich sagte mal, Biennalei. Wie heißt das noch? Biennalei. Kann ich nicht aufsprechen. Auf jeden Fall. Hello. How are you? Where do you go? Hier kann man was erleben. Falschen Eingang genommen. Gibt es da wohl nicht. Da Trin wird zu stehen. In 100 Metern es ist nicht mehr. In 100 Metern. Hier haben wir zwei neue Rebellen. Losname am Alta Marschensammler. Nachbarn. Hier sind ein Packer Schmitt. Jetzt sind wir gleich. Die Bromomöden. Laska Flaschenhofer. Das ist schön. Die Bromomöden. So, mein Herz. In einem Kilometer rechts ein Augen hinten. Jetzt weiß ich es wieder. Wie werden die Leute richtig begrüßt? B&I Winnet. Das ist um Winnet. Winnet, B&I Winnet. You are welcome. Also, das ist auch um Winnet. Wenn man das auf Winnet, glaube ich, dann hört. Wir sind ja jetzt im Winnet. Für mich würde ich auf Wälder zurücka planen. Also, das ist gut. Dann ist es gut. Dann ist es gut. Das ist gut. Das ist gut. In 300 Metern rechts einordnen und R8 weiter falten. Zielung erreichen. Jetzt rechts einordnen. Jörnebohr. 550 Kilometer der Strasse. Da geschieht. Die Strasse ist da. In 100 km. Das ist die Strasse. Das ist die Strasse. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020